Oder wenn ihr es ganz akkurat machen würzt, brauchen wir 14 insgesamt. Neee. Aber das ist Verschwendung, find ich. Oh, wie auch so sehen wir, einen zu viel gemacht, bestimmt. Wir werden aber nicht extrem übertrieben mit Equivalent Exchange arbeiten, wenn ihr diesen Mod kennt. Weil das wäre zu langweilig. Aber wir werden ihn schon in etwas nutzen. Auf jeden Fall. Ja, wir machen uns ein 10x10 großes Feld mit Kollektoren und dann ist es nicht übertrieben. Haha. Gar nicht. Hühnchen, lecker. Huch, Wasser. Ähm, was wollte ich? Achso, ich wollte die Erze ab. So. Das fällt wieder ein bisschen gewachsen. Haben wir auch schon geschmolzene Erde irgendwo in der Truhe? Geschmolzene Erde? Äh, ja. Geschmolzene Erze, nicht Erde. Stone, nein. Ein geschmolzene... Geschmolzene Erde. Oder bei Materialen drin? Ne. Dann machen wir es bei Erze und rein. Ich wusste gar nicht, dass es in 1.25 eingeführt wurde, geschmolzene Erde. Ach, du meintest Barren und sowas. Das haben wir alles im Haus. Warum habt ihr das im Haus? Ist halt die verrückt. Weil man die ständig braucht. Richtig. Geschmolzene Erde. Ja. Noch nie gehört. Ich tu die Barren mal ins Haus. Doch schon, aber nicht im Minecraft. Ach, ja. Ähm. Warum hab ich eigentlich so viel Kupfer bei mir? Weiß ich nicht warum. Das solltest du wissen. Was ist denn jetzt die Wolle mit Minecraft? Äh, die ist oben. Hier oben. Im Haus. Oben. Hier oben. Ja, hier oben im Haus. In der obersten Kiste. Hast du etwa ein Schaf gemeuchelt? Ja. Immerhin sag dir nicht Dings. Ähm. Ja, Dings eben. Ne, hier. So. Dings und Bums. Ich hab 52 Brot. Ich hab 11 Steaks und 3 Hühnchen. Ich hab 9 Hühnchen, 7 Steaks, 3 Schweinefleisch. Und viel besser, ich hab einen Apfel. Ja, viel besseren Apfel, na klar. Ja. Ja. Ey, Kuh nicht ausbrechen. Gehst du wohl von dem Zaun runter. Gehst du von dem Zaun runter? Glaubst du's denn? Dummes Vieh. Jetzt guckt sie mich böse an. Ja, das ist doch richtig so. Weil sie im Stangen haben. Kannst du verstehen. Ich will sie auch böse angucken. Ja. Ich würd noch mehr machen als so böse Guck. Ja gut, also. Ich bin soweit. Äh, ich schon lange. Ich noch nicht. Ach, was schlepp ich denn der Feder mit mir rum? Sag immer. Wo ist denn der Olle Covalence, das dachte er? Dumm. Ähm. Ich muss erst noch meine Schaufel reparieren. Und wie machst du das? Das ist geheim. Gar nicht. Hups. Jetzt hab ich ein Screenshot gemacht aus Versehen. Juhu, Screenshots. Film nicht so lange unsere Tiere. Ey, du Sohn. Bauerhof Simulator 2012. Ähm. Nein. So. Bin da. Bin noch. Ich, ich. Nicht die Mama. Ich muss ihn mit Öpfern auf den Kopf hauen. Also. Moment. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Nein. Nein. Das zeigt eigentlich unser Strom. Deswegen knapp. Wenn wir alles in Betrieb haben. Es wird schon wieder Nacht. Langsam. Cool. Gut. Dann wollen wir gleich los. Was? Ich stalk ihn einfach mal. Ich kann nur die Eier wegschmeißen. Achso. Wir können erst schlafen gehen bevor wir losrennen. Na gut. So wie sich das gehört natürlich. Ich seh dich, Char. Ich kann aber nicht schlafen. Ja. Ist noch nicht Nacht. Ist noch nicht Nacht. Dann müssen wir die Sonne beobachten. Man kann sich wohl schlafen. Genau. Lügt voll. Ich wollte euch nur ablenken. Naja. Sollt ihr lügen? Ich hab's zweimal probiert und ich durfte mich nicht hinlegen. So. Wo rennen wir hin? In die Höhle die wir schon kennen oder? Irgendwo. Äh. Du willst echt in die Mine da runter? Wir müssen einfach nur ein Dier finden und Lava. Wo haben wir Lava? Und wie in der Höhle Lava? Äh. Keine Ahnung mehr. Ich. Ich weiß. Kann auch da hinten in die Schlucht reinstürzen. Je nachdem wir wollen. In die Schlucht. In die Schlucht. Ich möchte gerne in die Schlucht. Ha. Auf geht's. Juhu. Aber wir finden keine Lava. Wir brauchen nur Lava. Ah. Ich schubs dich rein. Genau. Dann finden wir schon Lava. Echt? Nee, nee. Ja doch. Dann sag ich hier, da ist Lava. Und dann bist du weg. Aber ich muss filmen. Ja, dann sehen die Leute wie du stürst. Guck da unten ist die Schlucht. Na super. Das will keiner sehen. Echt nicht? Warum nur nicht? So Mädels. Wir kommen mal runter. Runterbuddeln. Natürlich. Dann leg mal los. Runterbuddeln. Mhm. Toll runtergebuddelt. Na los. Buddeln ist was für Weicheier. Ja. Ja, ich würde hier aber auch gerne wieder rauskommen. Ähm. Hi. So. Hi. Ich hab nur sieben Fackeln. Ich bin schlau. Ich hab einen viel zu hoch. Ein bisschen Kohle hab ich mit. Und ein paar Stigis. Ich hab ein Stack und neunfünfzig. Das ist ne tolle Schlucht, aber wir finden hier keine Lava. Das kannst du doch gar nicht wissen. Na doch. Irgendwo geht's hier schon noch tiefer, keine Angst. Da hab ich mich hochgebuddelt. Ist das... Ist das ein Loch? Hallo? Ja. Aha. Also ich seh alles mögliche, aber keine Tunnel. Haha. Siehst alles mögliche, aber keine Tunnel. Ja. Jetzt finden wir mittlerweile auch kein Apathit mehr, weil in der neuen Tech-Equation der Forestry-Mod weg ist. Das heißt keine automatischen Baumfarmen. Leider. Wer braucht die schon? Keine. 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 Die sind eigentlich praktisch. Ich versteh nicht, wieso sie die rausgenommen haben. Ich kenn die hier nicht. Mir ist das egal. Mir ist das auch egal. Euch ist alles egal. Ja. Ja. Seid langweilig. Wir sind voll negativ eingestellt. Warum nehm ich mit euch überhaupt aus? Keine Ahnung. Du hast darauf bestanden. Weil du keine anderen Freunde hast, deswegen. Ich weine gleich. Mach doch. Funz doch. Funz doch. Los. Dann nehm ich halt mit nem Zuschauer zusammen auf. Die wollen das nicht. Echt. Als ob. Während er mit nem Handy guckt. Während er mit nem Handy guckt. Hehehehe. Hehehehe. Oh Gott. Die Leistung. Juhuu. Also hier ist echt keine Würde. Was ist das denn für ne Schlucht? Sag ich doch. Nehmen an war aber noch eine. Ist hier ein Loch? Wer hat sich da... Ja. Ich war das. Ich bin in der... Hä? Ach du was. Ich bin in der nächsten Schlucht. Ach cool. Wir brauchen uns keinen Weg damit. Ist das ein Baum. Bloß wie kommen wir jetzt zu ihm hin? Kannst du dich irgendwie zu uns buddeln? Hier hoch. Hä? Weißt du zu uns buddeln? Kommt einfach rückwärts. 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 Ach daaaaan. Ja irgendwo war das Loch wo du reingegangen bist. Ich hab das aber nicht mehr gefunden. Ach so. Und hier hoch. Ja sag das doch Mensch. Huch. Juhu. Ich leuchte mal. Aber seht ihr da hinten ist ein Baum? Jaa ne. Was? Seh ich gleich. Moment. Cool. Tot. Ich will hier die Kohle wenigstens mitnehmen. Mach mal ne Treppe. Es war doch eben ne schöne Treppe. Wir müssen aber noch tiefer. Dann bau dich um Ecken. Nix. Nix. Unendlich tiefer. Nix kann der Panda. Nix kann der Panda. Eigenartig dass da unten ein Baum steht. Versteh ich nicht. Mal gucken. Kann das nur die Wasserspülung oder? Vorsicht. Was ist äh. So tief ist das hier doch gar nicht. Was steht denn? Denk dran du hast nicht deine Unzerstörbar-Rüstung an. Echt. Das weiß ich. Du stirbst schnell? Gar nicht. So. Weg nach unten ist gemacht. Hallo Wasserspülung. Wo kommst du her? Ja der Baum ist echt cool hier. Ich mach mal das Wasser hier oben aus. Sieht schon cool aus irgendwie. Der Baum. Ne. Das hab ich noch nie gesehen. Dass in einer Schluck Baum rumhängt. Ich auch nicht. Mal durch die Erde und oben kommt Licht. Also irgendwie. Wie lautet Filze drum rum. Aha. Woll ich auch gucken. Schon etwas nach draußen. Musst du Screenshot machen. Jo. Der ist auch irgendwie fast versteinert der Baum. Ja. Prüss. Das ist llamado. Hey, ha!